Gute Laune hat sie nicht nur, sie versprüht sie auch. Maxima der Niederlande stattet einer Schule in Chauda einen Besuch ab und könnte dabei nicht mehr strahlen. Besonderes Highlight ihres Looks, ein pinker Haarreif mit ordentlich vielen Steinchen, Perlen und Glitzer. Der fällt natürlich sofort ins Auge. Passend dazu kombiniert die Dreifach-Mama eine Bluse in demselben Farbton, darüber ein lilafarbener Hosenanzug, der der Königin nicht besser stehen könnte und zudem wiederum ihre spitzen Pumps sowie ihre Handtasche farblich bestens abgestimmt sind. Ebenso wie die markanten Uhrringe. Ja, dieser Look in pink-lila ist wirklich Color-Blocking par excellence. Und ebenso meistert die 51-Jährige auch diesen Auftritt. Es werden Hände geschüttelt, zugehört und dann auch noch mitgespielt. Ja, Maxima schaut eben selten nur zu. Das hat sie zuletzt unter anderem immer wieder auf ihrer Staatsreise mit Ehemann Wilhelm Alexander und Tochter Amalia gezeigt.